Ich lebe in Sao Paulo. In diesem Video stelle ich einen Satz Deutscher Münzen vor, die ich gesammelt habe. Und insbesondere ein Münzen von der Experte sagen, dass sie für Semmler von großem Interesse werden. Ich bin kein Münz-Semmler, aber mein ganzes Leben lang habe ich immer Dinge ohne Kriterien gesammelt. Ich habe sie einfach umgeordnet, in Kisten gesetzt, bis ich mich wieder für das Thema interessierte, oder ich etwas Platz schaffen musste. Als ich für eine deutsche multinationale Konzernarbeiter lebte ich in den 80, 90 Jahren einige Zeit in Deutschland und besuchte andere Länder. Bei mir, was er üblich ist, Einkäufe, die 5, 10 oder 20 Mark scheinen, zu bezahlen und das Rückgeld in Münzen zu behalten, ohne es weiter zu geben. Kurzlich habe ich mein Aufräumen des Hauses des Kistes gefunden, in der ich die Münzen auf die Verfarte habe. Zunächst habe ich meine Münzen na Lande, Tipe, Werte, Materials und Fregear geordnet. Dann habe ich viele Videos von Experten gesehen, die normalerweise die Münzen vorstellen, die ein interessantesten und wertvollsten sind. Dann suchte ich nach diesen Münzen, um zu sehen, ob sie eine nennenswerte hatten. Ich war überraschend, als ich sah, dass es eine deutsche Münzen gab, die aus Seltengaufe. Na folgende, sagte ich die von mir gesammelte deutsche Münzen und die selten zwei Pfennige. Hier habe ich die Magnetische und die nicht-Magnetische zwei Pfennige Münzen getrennt. Da Experten berichtete, dass zwei Pfennige Münzen von 1986, wenn sie nicht-Magnetische ist, eine seltene Münzen ist. Ich war sehr überraschend, als ich herausfinde, dass ich eines hatte. Da ich kein Sängler bin, habe ich kein Interesse daran, diese Münzen zu behalten. Also, würde ich gerne verkäufen, aber da ich diese Marke nicht gesehen habe, habe ich Angst, betrogen zu werden. Mas perweise, kann der Käufer bei einem Verkauf auf dem B die Ware zurückgeben. Auf diese Weise, wäre es für den Käufer sehr einfach, ein optisch, gleichwertiges, aber Magnetische Münzen an mich zurückgeben und die seltene Münzen zu behalten. Wenn also jemand an meine Münzen interessiert ist, zeigen Sie mir bitte einen jeneren Weg, das Geschäft absurdes wird.